Als Florian an diesem Morgen aufwachte, sollte die Welt nie mehr so sein wie zuvor. Hallo! Aufwachen! Ab heute sind wir zu zweit. Wenn der Mann von der Frau erregt wird, weil er diese Frau ganz dollen kippen, dann schießt ganz viel Blut runter in seinen... Lulu. Harte, Jungs. Wie kann dir nur kalt sein? Schau dir die an. Oder die. Oder die. Flo ist Pimmel, hat angefangen, um ihn zu reden. Ey, warte mal. Was? Echt? In ganzen Sätzen? Er versucht mir Ratschläge zu geben. Cool. Ist da gut in Mathe? Ruf doch mal an. Sie haben den Kerker der Dominas gewählt. Sindst du auch schön bequem? Ja. Dann nimm deinen verdammten Hintern hoch. Kapiert, Sklave? Jawohl! Was dein Vater damit sagen will, Schatz, ist, dass der Mann seinen Lullo in... ...den Blumentopf der Frau steckt. Ja. Aber die kriege ich ihn denn dazu, die Kappe zu halten? Nach das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit. Harte Jungs. Die neue Komödie von Mark Rothemund. Und jetzt sollst du bellen wie ein Hund. Laut! Uff! 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 Florian? Wieso hatten die eine Peitsche? Der Typ hat versagt. Weißt du jetzt, was passiert, wenn du bei den Jungen versagst? Harte Jungs. Eine Bernd-Eichinger-Produktion. Ab April im Kino. Wieso? 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 Wieso?